Oh ja, so, sag mal, als YouTuber, da muss es einem doch richtig gut gehen, oder? Hätten wir doch immer so. Gucken wir uns die Zahlen nochmal genauer an. Was verdient man da so? Was hat man da davon? So, dann schauen wir uns doch mal an, was YouTube so hat. Gehen wir oben rechts auf Thorsten. So, TH, machen wir gleich mal YouTube Studio. Er lädt und dann kommt hier mein letztes hochgeladenes oder öffentlich gestelltes Video. Es sind viele, die nicht öffentlich gestellt sind. Erfreulich, 408 Aufrufe. Grün. Können wir da hier nochmal reinzoomen. Können wir wahrscheinlich ein paar Mal machen mit reinzoomen und rauszoomen. Durchschnittliche Wiedergabedauer, 8 Minuten. Klickrate der Impression, 3,4. Das sagt mir gar nichts. Jetzt ist hier neben der Monetarisierung. Da wo der Pfeil ist, wo die Hand ist. Da klicken wir mal drauf. Und da seht ihr, was ich bekomme. Geld. Sonstiges. Das sieht man eigentlich. Hier hatte ich mal angefangen. Erledigt. Noch nicht begonnen. Noch nicht begonnen. Die zwei Schritte habe ich noch gar nicht gemacht. Das heißt, ich bin keiner, der von YouTube Geld bekommt. Gucken wir mal Analystik an. Hier neben wieder. So, jetzt seht ihr die Analystik von meinem Kanal. Wenn ihr es nicht so kennt, oben ist Reichweite, Engagement, Zielgruppe und der Umsatz. Der Umsatz. Klicken wir mal auf Umsatz. Zu den anderen Dingern kommen wir mal gleich. Umsatz Null. Null, 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 null. Ich kriege kein Geld. Ich habe keinen Vertrag mit YouTube. Das ist Spaß. Das ganze Zeug hat mich besetzt. 1.800 Euro gekostet, weil irgend so eine Dingsmann meinte, eine Firma meinte, mir eine Abmahnung zu schicken. Weil die nicht hinter ihrem Produkt stehen. Danke, Schlüter. Gucken wir uns mal die Reichweite oder Sonstiges an. Das sind jetzt hier die letzten 28 Tage. Steht da oben. Ja, Klickrate, Aufrufe, Engagement, ist eigentlich langweilig. Zielgruppe, ich wollte bei Umsatz noch mal gucken. Da hatte ich doch vorhin. Hier geschätzter, da unten geschätzter monatlicher Umsatz. Geschätzter Umsatz, ja. Ich habe noch keinen Vertrag mit denen gemacht, also kriege ich wahrscheinlich wohl auch nichts angezeigt. Null Euro. Hier oben aber ganz interessant, in dieser ganzen Leiste, die da oben ist. Zugriffsquellen. Zugriffsquellen kriegt man hier unten dann angezeigt. Das Balkendiagramm da. Da unten angezeigt. Woher kamen die? Von den Videovorschlägen kamen so und so viel. Das ist jetzt die letzten 365 Tage. YouTube-Suche. 137.000. Funktion zur Auswahl. Extern. Kanalseiten. Playlisten. Blablabla. Aus welcher Region kamen die? Kann man sich auch anzeigen lassen. Ich habe jetzt oben auf Regionen geklickt. Dann sehen wir da unten. Ja, meine meisten Zuschauer kommen aus Deutschland. Die letzten 365 Tage, letztes Jahr. 549.000. Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien. Vereinigte Staaten. 4.000 von den Vereinigten Staaten. Königreich, Frankreich, Niederlande, Vietnam. Ich habe 3.000 Zugriffe von Vietnam. Polen, Tschechien. Ja, tschechische Freunde. Da fahre ich öfter auf Turnieren. Spanien, Thailand, Belgien, Ungarn, Brasilien und so weiter geht die Liste. Da unten wird es weniger. Alter der Zuschauer. Gehen wir doch mal zum Alter der Zuschauer. Alter der Zuschauer. Oben draufgeklickt. Ja, und jetzt sieht man die Balken. Gehen wir nochmal rein. 18 bis 24 Jahre. 25 bis 34 Jahre. Das sind so 20%. 35 bis 44 Jahre. So die Hauptgruppe. Und halt 45 bis 54 Jahre. Das ist halt so der Bereich mit Zwillen oder sowas, der halt da richtig anfängt. Und dann die Älteren. Hier unten auch nochmal die Zahlen dargestellt. Geschlecht der Zuschauer. So gehen wir nochmal hoch. Da oben. Geschlecht. Tja, wen hat es gewundert? Männlich, weiblich. Weiblich 10%, männlich 90%. Dabei die durchschnittliche Wiedergabedauer von den Frauen. 2 Minuten 26, die Durchschnittliche Wiedergabedauer der Männer 3 Minuten 59. Wiedergabestunden. Datum. Steht da. Achso, wann, wo, wie viel zugeklickt haben. Egal. Umsatzquelle. Wie gesagt, ich habe keinen Umsatz. Null. Abo-Status. Abo-Quellen. Playlists. Gerätetypen. Von welchen Geräten kommen sie auf? Das sind meistens vom Handy. 252.000 von 579.000. Dann Computer, dann Tablet, TV, Spielkonsole. Anzeigetypen. Egal, so nichts. Vögelinges Datum, ja, so nichts mehr. Wir kommen ja wieder zurück. Ich wollte nochmal Analystik. Analystik. Allerdings die komplette Analyse. Nicht die letzten 28 Tage, sondern unbegrenzt. Tja, und da haben wir halt die vollen Fakten. Aufrufe insgesamt 2,4 Millionen. Wiedergabe in Stunden. Mein Abonnenten. 3.448 momentan. Echtzeit. Darüber. Abonnenten 3.458. Ja, guck mal, da sind sogar 10 mehr. 4.000 Aufrufe in den letzten 48 Stunden. Und die meisten Videos, die aufgerufen wurden. Das ist grassier, messerscharfe Messer, Power, Zwille, Einleitung. Und sowas. Das sind die Dinger, die am meisten gehen. Kann man hier nochmal auf mehr Anzeigen klicken. Video wird schon wieder zu lang. So, jetzt sieht man nochmal die letzten 48 Stunden. Ja, was alles so aufgegriffen war. Aber ist egal. So, eine Sache noch. Hier sind Einschränkungen. Und wenn man da runterscrollt, sieht man Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung. So, sowas kommt bei mir. Wen interessiert das? Öfter vor. Und hier sind auch immer wieder welche, die nicht gelistet sind. Also nicht öffentlich. Da kommt man bloß über den Link drauf. Oder ich komme halt drauf. Und, ja, Beschwerde. Wie gesagt, ich nehme da keine Rücksicht drauf. Ähm, da Beschwerde sind dann irgendwelche Musikuntertitel oder sowas, die die dann nicht mögen. Und da kommt dann, äh, ja, man bekommt dafür kein Geld. Aber ich kriege ja kein Geld. Hier, das waren so ein bisschen Einblicke. Hat mittlerweile angefangen zu regnen. Ich weiß nicht, ob es hört. Gott sei Dank. Meine Wurst ist durch. Ist gut. Kann ich jetzt aus dem Regen rausgehen. Ähm, warum mache ich mal das eigentlich? Das frage ich mich zum Teil auch immer wieder. Warum das Ganze? Also, angefangen habe ich damit, um das als Speicher zu nehmen. Weil man im Wort und Bild halt einfach Sachen viel besser rüberbringen kann. Und man das um nicht immer wieder neu tippen muss. Äh, und halt, um den Sport weiterzubringen. Das voranzubringen. Deswegen auch da meistens, wie baut man selber, wie kann man selber etwas machen. Und ich kaufe die Standardswille da und sei stolz drauf, dass ich die 3576. davon habe. Wobei jetzt so Vergleiche oder sowas zum Teil auch immer wieder kommen. Also, wir werden uns mittlerweile ein bisschen zu nass hier. Ich hoffe, es waren Einblicke vor euch. Sicher ist meine Wurst. Ich gehe lieber trockener. Und wünsche euch noch schönen Abend. Prost. Oh, ihr Wurst drin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017